Ja, liebe Handballfreunde, liebe HSG-Familie, leider kann ich bei der Feier unserer Europameister heute nicht dabei sein. Von daher herzliche Glückwünsche von dieser Stelle aus an Jannik Kohlbacher, an Steffen Veth und Andi Wolf. Ihr habt Wetzlar toll vertreten, ihr habt tolle Spiele in Polen geliefert. Wetzlar, die Sportstadt, ist stolz auf euch. Ich denke, ihr habt noch Kondition, um heute Abend richtig feiern zu können. Lasst's krachen, viel Spaß beim Empfang im Forum.